»Ich habe jetzt keine Zeit dafür, Nick«, sagte Lee. »Kümmern Sie sich darum. Gehen Sie nach unten und geben Sie ihm seine Kündigung. Ein solches Benehmen dulde ich nicht in meinem Markt.« Er konnte Nick ansehen, dass ihm dieser Auftrag nicht behagte. »Muss das wirklich sein?«, fragte er. »Er hat ein bisschen Ärger gemacht, das ja, aber Bähle ist schon seit dem Tag hier, als der Baumarkt eröffnet wurde.« »Ein Grund mehr, ihn loszuwerden«, erwiderte Lee. »Totes Unterholz muss man entfernen. Aber er ist bei der übrigen Belegschaft und den Kunden sehr beliebt, Mr. Taylor, und wir haben schon so viele gute Leute verloren.« »Verloren, Nick«, sagte Lee lächelnd. »Hier geht es nicht darum, wer wen mag oder wer nett, witzig oder beliebt ist. Wir sind ein Unternehmen und müssen rechnen. Das verstehen Sie doch, oder nicht?« Nick bejahte stumm, wirkte aber unsicher. »Sie sind der stellvertretende Marktleiter. Machen Sie das.« Lee wusste, dass er kein »sonst« ergänzen musste. Nick dürfte klug genug sein, um zu begreifen, dass auch er ersetzbar war. »War noch irgendwas?«, fragte er. Nick schüttelte den Kopf. »Gut«, sagte Lee und lächelte. »Wir sehen uns am Montag.« Er wartete, während Nick die Angelegenheit noch mal zu durchdenken schien. Als er sich schließlich zum Gehen wandte, sagte Lee. »Und vergessen Sie nicht, Nick. Morgen und am Sonntag ist das hier Ihr Laden.« Er sah, wie Nick sich wieder zu ihm umdrehte und nervös mit der Hand durch sein Haarstrich. »Am Montagmorgen erwarte ich richtig gute Zahlen und ich will keine schwachsinnigen Entschuldigungen hören wie letzte Woche.« Nun trat Nick einen Schritt vor. »Moment mal. Das ist echt nicht fair, Mr. Taylor. Sie wissen, dass wir Personalprobleme hatten. Es war stundenlang keiner in der Sanitärabteilung. Und das war nicht meine Schuld.« »Hoppla, Nick. Ganz langsam, ja? Mit dem Thema sind wir schon längst durch, okay? Gleichen Sie das an diesem Wochenende einfach wieder aus. Verstanden?« Er starrte Nick an, forderte ihn mit seinem Blick heraus, ihm ja nicht zu widersprechen. »Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen?« Doch Nick ließ nun die Schultern hängen und er sah zur Seite. »Nein, Mr. Taylor.« Nun ging Lee näher auf sein Gegenüber zu und lächelte. »Schön«, sagte er. »Und denken Sie dran. Benutzen Sie endlich Vornamen, wie es bei Hardwicks üblich ist. Wir sind schließlich alle eine große Familie.« »Ja, Lee«, antwortete Nick und blinzelte wieder. Lee trat noch näher an ihn heran. Nahe genug, dass es Nick unangenehm wurde, wie er sehr wohl wusste. Dann klopfte er ihm auf die Schulter und grinste ihn an. »Guter Mann. Jetzt ab mit Ihnen.« Er beobachtete, wie Nick sich umdrehte und hinausging. Dann schüttelte Lee den Kopf. Der Kerl war so leicht zu manipulieren. Viel zu leicht. Lee nahm seine Autoschlüssel und die Aktentasche vom Schreibtisch. Als er das Büro verließ, kam er ein wenig ins Nachdenken. »Ich muss mich beruflich weiterentwickeln. Brauche eine echte Herausforderung.« »Dieser dämliche Laden hier ist nicht groß genug für mich.« Lee schob die Reste seines Essens vom Inder zur Seite, griff nach seinem Glas, um einen Schluck Scotch zu trinken, und legte die Füße auf den Couchtisch. »Es hat schon so seine Vorteile, dass Melissa mich verlassen hat,« dachte er. »Ich kann Fußball gucken und ein Curry essen, wann immer ich Lust darauf habe.« Und er konnte den Abwasch das ganze Wochenende stehen lassen, ohne dass ihn jemand anquakte. Die Klobrille hoch, runter. Wen juckte es? Und das Beste war, dass sie ihn verlassen hatte und nicht umgekehrt, was sich bei den Vereinbarungen zu ihrer Scheidung günstig für ihn ausgewirkt hatte. Sicher hat es auch gewisse Nachteile mit sich gebracht, dass sie damals so plötzlich aus seinem Leben verschwunden war. Aber keiner, der sich nicht durch eine nette, entspannende Thai-Massage in Swindon aus der Welt schaffen ließe. Er lehnte sich auf dem Sofa zurück, nahm die Fernbedienung auf und schaltete sich durch die Kanäle. Fand die Fußballübertragung. Doch das Spiel war langweilig, wie er bald feststellte. Zwei zu null und nur noch zehn Minuten. Es sah nicht so aus, als wollte irgendeiner der Akteure noch etwas an dem Ergebnis ändern. Vielleicht sollte er sich lieber einen Film ansehen. Gott, war das heute Abend heiß. Obwohl er nur ein T-Shirt und die alten Shorts trug, schwitzte er. Ein kurzer Sprung in den Pool könnte ganz erfrischend sein. Dann hörte er einen Wagen die Kieseinfahrt hinaufkommen. Er blickte zum offenen Fenster. Genau in dem Augenblick gingen die Sicherheitsstrahler an. Lee setzte sich auf und konnte erkennen, dass hinter seinem Audi ein anderer Wagen anhielt. Er versuchte, durch das große Wohnzimmerfenster zu erkennen, wer das sein mochte. Dem Wagen nach zu urteilen, es war ein altes Ford-Modell, handelte es sich bei seinem geheimnisvollen Besucher wahrscheinlich um Nick Marston. Probleme? Er schüttelte den Kopf. Wenn es schon wieder Ärger im Markt gibt, scheuche ich ihn in den Laden zurück und trete ihm den ganzen Weg in den Hintern. Soll er das gefälligst selbst regeln? Dachte Lee. Wozu hat man denn einen Hund, wenn der nicht bellen will, wenn es mal nötig ist? Er ging in die Diele, streifte seine Stiefel über und öffnete die Tür. Dann rief er, Nick, was zum Teufel ist denn los? Die Sicherheitsstrahler erloschen. Nun lag die Einfahrt im Dunkeln. Nur der Mond schien noch und malte Schattenrisse in die Sträucher. Ich stelle lieber den Timer für die Lichter neu ein. Die gehen zu schnell aus. Und jetzt stehe ich hier im Finstern. Nick, sind Sie das? Er trat hinaus in die Einfahrt. Seine Stiefel scheuerten, weil er keine Strümpfe trug. Dennoch ging er weiter zu dem Wagen. Aufgrund seiner Bewegungen schalteten sich die Strahler erneut ein. Ja, das war Nicks Wagen. Und der Idiot parkte auf dem Rasen. Na jetzt hocken Sie nicht einfach blöd da, schimpfte Lee, als er sich der Fahrerseite näherte. Dann blieb er stehen. Das Wagen Innere sah leer aus. Aber das konnte nicht sein. Lee hatte nicht gehört, dass eine Autotür geöffnet oder geschlossen wurde. Was ist denn hier los? Soll das irgendein Spiel sein? rief er in den Garten. Ich stehe allerdings nicht auf dämliche Versteckspielchen, Freundchen. Er wartete. Als er keine Antwort erhielt, fragte er laut. Haben Sie zu viel getrunken? Keine Reaktion. Der ganze Garten war still. Und hier draußen, eine gute Meile vom Dorf entfernt, bedeutete still, dass es wirklich total still war. Kein einziges Geräusch. Und plötzlich wurde Lee unsicher. Das war unheimlich. Die Strahler erloschen. Also drehte er sich um und schritt wieder auf das Haus zu. Diesmal schaltete sich das Licht nicht ein weiteres Mal ein. Lee fuchtelte wild mit dem Arm, aber es blieb dunkel. Komisch. Warum funktioniert der Bewegungsmelder auf einmal nicht mehr? Und dann gingen die Lichter im Haus aus. Alle. Völlige Dunkelheit. Lee blieb mitten auf der Einfahrt stehen. Seine Augen konnten sich immer noch nicht an die Finsternis gewöhnen. Das Mondlicht war flackernde Schatten auf den Rasen. Okay, was zur Hölle ist hier los? Nick, was soll das werden? Das war nicht gut. Ob betrunken oder nicht, solchen Quatsch machte man nicht. Keiner durfte sich so etwas ihm gegenüber erlauben und kam dann ungeschoren davon. Dies war kein Witz mehr. Vorsichtig bewegte er sich auf das Haus zu, dessen Silhouette sich vor dem Nachthimmel abzeichnete. Dann sah er einen Umriss, nur ein paar Meter entfernt, an der Tür. An seiner Haustür. Was zum Teufel ziehen Sie hier ab? empörte sich Lee und ging rasch auf die Gestalt zu, die Faust bereits zum Schlag erhoben. Da sah er einen Stock, den die Gestalt fest umklammerte. Nein, kein Stock. Ein Gewehr. Er griff mit einer Hand danach, während er mit der anderen den Eindringling wegzustoßen versuchte. Aber sein Fuß rutschte auf dem Untergrund aus losem Kies weg und er drehte sich halb, kippte zur Seite und verlor das Gleichgewicht. Ein unglaublich grelles Licht, das mit einem gewaltigen, krachenden Geräusch und einem blitzschnellen Energiestoß einherging, explodierte in seinem Gesicht. Und dann war nur noch Schmerz. Entsetzlicher, intensiver Schmerz, der sich in seinem Bauch und seiner Brust sowie auf seinem Gesicht ausbreitete. Er spürte, dass er wie in Zeitlupe rückwärts fiel und sein Kopf nach hinten knickte. Und dass er beim Aufprall mit dem Hinterkopf auf scharfkantige Kieselsteine stürzte. Das Letzte, was er mit Sicherheit wusste, war Oh Gott, jemand hat auf mich geschossen. Und dann dachte er nichts mehr. Das Letzte, was er mit Sicherheit.